Oh, jetzt muss ich ganz nämlich wieder zurücklaufen, der Hammett. Oh Gott. Aber wir sind doch von hier gekommen. Ja, aber für die Quest müssen wir ja auch weiter runterfahren. War hier jetzt eigentlich ein Munitionsautomat? Nee, aber ein Waffenautomat. Ja, den hab ich gesehen. Da müssen wir nämlich durch, genau. So, wir bleiben mal hier raus. Wir bleiben mal hier raus, sonst bleibt das Auto wieder am Arsch. Jupp. Oh mein Gott. Ja, ha, ha, ha. So, da ist was liegen geblieben, Kenny. Oh, Psychopathen und alles. Ich halte hier mal den Rücken frei. Okay, Pete is down. Höher. Wow, okay. Jetzt muss ich nach... Ach, scheiße, den Psychopath hat mir jemand abgezogen. Hey, kannst du mich wieder belegen? Hm. Okay, gegen diese grüne Spinne sollte man nicht anfahren. Oh, die haben da hinten eine ganz andere Gegner als wir. Ja, wir haben die Spinnen. Ja, und die sind nicht sonderlich freundlich. Verdammt, sie haben mich... Ah, sie haben mich gesehen! Ich will die. Ich will die. Ich will die. Ich will die. Ich bin tot. Fuck. Was kostet's mich diesmal? Am Sack. Kenny, drehe die mal um. Jawohl. Oh Gott, da ist noch eine blaue. Ja. Oh Gott, ich werde sterben. Ich werde so weit von sterben. Ich werde so weit von sterben. Bist du down? Nein, noch nicht. Aber gleich. Wow, WTF. Oh lol, ich habe keine Mode mehr. Fuck. Jetzt bin ich down. Jetzt bin ich down. Ich halte fern. Ich halte fern. Ich halte fern. Oh oh. Nicht down gehen. Wuhu. Moment, direkt zu Jay weiterlaufen? Ja, ganz nett. Ich schieße die in den Arsch. Oh Gott, ich gehe in den Wagen reingelaufen. Hammer. Hätte ich auch leider nicht mehr hingekriegt in der Zeit. Sorry. Ja. Lenk die mal ab. Ich kann den hier in den Arsch schießen. Ich habe die hier auf das Schild gelenkt. Das hilft schon enorm. Komm hier besser mal rein. Genau, Kenny. Komm mal ins Schild. Jetzt ist du da so zu spät. Vorsicht, Spinne, Pete. Ich bin gerade ein Funker verzeiht. Sehr gut. Spinnen sind gay. Ich kann genauso gut lachen wie der, ja. Jetzt ein bisschen Snipermonie. Das ist schon mal von Vorteil. Geil, Klaas Mod. Hier unten ist noch mehr Snipermonie. Snipermonie. Was kann der Klaas Mod denn? Das ist Soldat. Da war meiner. Ach so. Kann er was? Nee, leider nicht. Er hat ein Artefakt gefunden. Für dich? Das weiß ich noch nicht. Ich sammle gerade erst mal Munition auf. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Artefakt hier unten unter dem Auto. Säure-Artefakt-Jäger. Oh, nice. Könntest du das kurz mitnehmen? Ich bin schon hierhin gelaufen. Brandartefakt-Soldat. Warte, ich lasse es mal hier. Hier ist ein blauer Blitz. Ein blaues Blitz MGV-Pot. Und was ist da? Ein blaues Blitzgewehr für dich. Oh. Ich habe schon einen Speicherpunkt erblickt, an dem wir gleich vorbeikommen. Ja, hoffentlich ist es dann Muni-Dingswurms. J-Wire ward auf dem Turm drauf. Ich habe da noch nichts durchgesucht. Kann sein. Wir sind Waschmaschinen. Schade, es ist schlecht. Möchte das jemand haben? Nö, nö. Mein Inventar ist voll. Kann er verkaufen. Ich nehme es. Ich bin scheiße. Gib 3000. Yeah. Wie viel Kohle hast du, Johnny? Nö, behaltet euch. Wenn ich mehr Kohle als du habe, kannst du es haben. Oh, scheiße, ich habe Gegner angelockt. Die habe ich nicht gesehen. Oh, mutierter Mini-Psycho. Das ist natürlich auch kaum. Okay, das ist echt gut. Das ist gar nicht gut. Leuch, ich bin runtergefallen. Oh, nein, geht mich nicht down, geht mich nicht down. Nein. Ey, geil. Wenn man in dem Ding down geht, dann wird man sofort wiederbelebt. Wie awesome ist das? Ja, cool, ne? Ich habe nämlich jetzt so ein Upgrade gekauft. Oder dadurch passiert das. So, geil. Da lebt ja noch einer. Ja, das war Kenny. Danke, dass du mich mal als Feind ansiehst. Sorry. Du scheißt halt so laut. Du bist halt so ein Riesentier, der Junge. Ich weiß. Muahaha. Du musst doch noch was sein. Nimm mal hier das Teil-Ding. Ich heil mich gerade automatisch. So heilst du dich schneller. Jo. Mach ein Berserker-Modus an. Da ist die, ja? Noch schneller. Ne, nix. Ist ein bisschen mau hier. Ja, ist echt ein bisschen mau. Wir sollten jetzt... Da unten steht zumindest ein Dr. Z. Und ein Munitions-Automat. Sehr gut. Oh, ne ganze Menge Class-Mods. Zumindest. Wer braucht schon einen richtigen Arm, wenn er eine Nadel mit ihren unheimlichen Nadeln hat. Für mich gibt's einfach nicht die richtigen. Ich hab auch noch keinen. Ich hab immer noch den R am Anfang. Aber meine gibt's doch gar nicht so häufig irgendwie. Aber... So, brauchen wir jetzt von hier... Hab ich da gerade einen Vogel gesehen? Ne. Pete, wo bist du? Ich stehe hier rum. Kommst du? Verdammt. Da ist genau... Der... Ja, vielen Dank. Der erste Schmott drin, den ich brauch. Ist jetzt nicht wahr, oder? Was kostet er? 85.000. Ach. Ach. Ja, mach mal. Welcher ist denn das? Warte. Darf ich dir sofort nochmal? Ja, nicht so falsch. Weil es ist der für meine Skillung. Äh... Das ist der 16 Berserker Class-Mod. Mit... Äh... 42% Nahkamp-Schaden. Zwei Endlust-Zorn-Skill, Faust-Dick und Blut-Spot. Und 18% Kugel-Resistenz. Kugel-Resistenz, genau. Ist aber minus 18, ne? Stuk 10, ne? Ja, ja. Minus 18 ist doch gut. Ne. Minus 18 ist schlecht. Minus 18 Kugel-Resistenz ist... Du bist anfälliger dafür. Okay, dann ist das nicht der Richtige. Ne, dann kauf den nicht. Du musst dann, wenn plus 18 steht. Das gibt's. Sollte eigentlich. Ah! Hast du wieder Gegner angelockt, Chase? N-Nein. Wie kommst du da drauf? Ganz fiese Unterstellung. Würde ich doch nie tun. Da oben ist schon das erste Teil von der... Waffe. Jawohl. Awesome. Oh, cool. Hier sind schon wieder Munitionskisten. Hier ist ein Typ! Wo seid ihr überhaupt? Ah, da hinten. Hier ist was für Jäger. Ein Class-Mod für Jäger. Zwei Class-Mods für Jäger. Ja, aber die dürften, glaube ich, beide schlecht sein. Das kann ich dir jetzt... Oh mein Gott, 60.000... Das ist immer dieselben, oder was? Hier kannst du eine neue Erweiterung für eure Waffen machen. Von Magazin aus. 60.000 kostet eine. Oh, stimmt. Ha, wie... Was ist ein Schnapper? Wieso macht ihr eigentlich die ganzen Kisten, die hier stehen, nicht auf? Irgendwann erstmal durchgelaufen, ja. Guckt. Hier müssen wir doch jetzt die SMG zusammensammeln, glaube ich, oder? Ja, einen Teil habe ich gerade schon wieder gefunden. Hier oben ist auch noch eins. Obendrauf... auf dem Tag... Da ist auch eine Kiste. Ja, genau, jetzt geht es halt den richtigen Weg. Nee, nicht ganz. Ich gehe schon. Ich wollte ein bisschen Geld sammeln. Ein bisschen Geld sammeln. So, was ist das Visier? Da vorne... Ah, hier oben drauf ist das. Ah, ich sehe. Okay, 60.000 ist ein bisschen heftig. Dann. Dafür, dass ich bis auf 160 nur aufrüsten kann, oder? Hey, keine Quest jetzt mehr. Was sagt der Typ denn da was? Was sagt der da was? Mir hat der gar nichts gesagt. Da haben wir jetzt keine Quest hier mehr. Ach, das ist wieder so ein Arena-Kampf. Geil, das wir machen. Nee, das kannst du ja noch nicht anscheinend, weil hier ist... ...wieder so ein Tor. Stimmt. Und dahinter, wenn man hier guckt... ...ja, da ist eine Arena oder irgendwas. Oh ja. Alter, wie geil. Die ist geringfügig groß. Schön frech. Wie nett hart. Tja, jetzt noch nicht, ne? Du wirst es nicht bereuen. Nee, noch nicht. Dann gehen wir jetzt wieder zurück, oder was? Warte mal, ich gucke kurz kurz was. Aber hier gibt es keine Quest mehr für uns. Okay. Iiiiih. Ich denke mal, wir werden neue bekommen. Warum denn unsere Karn geladen? Da kann man sich neue machen. Sind doch schon fast in der Stadt, oder? Ne, okay. Wo bin ich denn hier jetzt? Nice, Jay. Komm, ich war auf. Ja, was denn? Ich musste mich... Du kannst dich da auch in die Waffe teleportieren, aber warum machst du das nicht? Neh, hab ich nicht dran gedacht. Nimm den blauen und setz dich ins Geschütz, Kenny. Ey, ihr seid doch immer eins. Wir sind Hammer. Das ist echt so typisch, man. Die Welt ist so riesig, aber wir fahren immer gegeneinander. Das ist echt unglaublich. Na, wir gehen mich mal zur Raute. Ja, warte mal kurz. Alter, wieso zählt da jemand auf uns? Ja, die sind... Nein! Das hat man doch schon mal, Peter. Ich lebe noch. Ich bin down. Ich bin noch down, oh mein Gott. Bist du wieder in die Kästen gefahren? Nein. Du bist du wohl. Ja, wir sollten hier weg. Oh mein Gott. Schieß. Ja. Okay, da wo bist du? Okay, du bist auch am Sack. Nein, mir geht's ganz gut. Nein! Okay, du musst jetzt wieder den scheiß Kampf machen. Ich hasse sie. Nicht töten. Belebt dich. Alter, ich bin eindeutig zu nah dran an der Scheiße hier. Setz dich da auf den Turm da drauf. Ja, gute Idee. Versuch immer... Jay. Wow. Versuch immer, um die Spinne rumzuspringen und der auf den Arsch zu schießen. Naja. Das ist genial. Bleib so stehen. Oh, ich bin down. Äh, das funktioniert nicht. Ich weiß. Hat nur eine 56-prozentige Wahrscheinlichkeit. Halte doch mal still, du verkackte Scheißspinne. Ja, wohl, geht doch. Alter, wie viele Crits ich damit raussaugen zum S&G. Okay, ich hab ganz viele orangene Gegenstände gesehen. Der kann besonders nicht die Dinger hier totgehen. Dann kannst du orangene Gegenstände saubern. Ja, ich hab ein Artefakt für den Jäger gefunden. Cool, jo. Artefakt für Berserker. Oh, ich hab' beschossen. Ich auch. Von wo, von wo? Nee, da war die Spinne. Was so? Die hat mit diesen Eiern geschossen, was, ne? Hier ist übrigens wieder eine Waffekiste hier oben. Hier ist ein Sirenen-Mod. Na, mach mal auf. Hier ist ein Berserker-Mod. Ja, lass liegen, dann nehme ich dann irgendwann. Den finde ich schon leicht. Nee, ist kein Mod, ist nur ein Dingens. Oh, Klairs-Mod für Berserker. Okay. Hier ist das Jäger-Ding. Was ist da hin? Hoppala. Manchmal vergisst man da, dass man aufhört. Der Klairs-Mod. Ja, kannst du mir dann geben? Nee, der liegt da. Was ist denn das? So, wo war der Jäger-Klairs-Mod? Hast du die Shotgun, Kenny? Ich weiß ja nicht, wie gut die ist. Achso, die liegt hier. Hier ist Sirene übrigens in lila, ne? Hast du das schon gesehen? Schmeiß das alles hier hin Wo auch was liegt Nö, eigentlich brauche ich die nicht Wo ist denn der Jäger-Mod, den du hier gesehen hast, Jay? Kein Mod, das war ein Artefakt Das Lock hier irgendwo Da Was kann das Ding denn? Phönix-Funken-Diva Verzündungsschaden Okay, mal gucken kurz Das Schock-Artefakt Was hab ich denn da jetzt aufgesammelt Hört sich ziemlich gut an Nenn wir auch mit Plus 2 zu Phönix-Skill Das Ding, was ich gefunden habe, macht plus 2 zu einer meiner Endskills Die ich brauche Okay, wir haben keine Autos mehr, das heißt Wir haben keine Autos mehr Dann laufst du mal nach oben, viel Spaß Läufst du da auch hin? Nein Doch Ja, da lauf ich hin Ja, dann ist doch nach oben Ja, dann andere wär auch nach oben gewesen Scheiße, ich muss nur auf die Möf gucken Ich muss nur auf die Möf gucken